So meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Wenn ihr neu seid, gerne den Kanal abonnieren, wenn euch der Content gefällt. Wir legen direkt los. Ich habe einen interessanten Artikel hier bei der BILD gelesen, die Soforthilfe. Wir erinnern uns zurück, vor anderthalb Jahren hat das Ganze ja hier begonnen oder mittlerweile über anderthalb Jahren hat das Ganze begonnen, so dass man dann zu der Zeit, wenn man selbstständig war, Solo-Selbstständiger ohne kleinen Friseurbetrieb oder ähnliches Geschäft, was dann auch wirklich finanziell massive Einbußen gehabt hat, wie auch ich. Ich habe einen fünfstelligen Umsatzverlust im Jahr 2020 gemacht und dementsprechend, man hatte ja dann die Möglichkeit, hier bei mir in NRW die NRW Soforthilfe zu beantragen, in anderen Bundesländern halt eine andere. So und ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil das ja während der Beantragungszeit im letzten Jahr schon so abgelaufen ist, zumindest hier bei mir im Bundesland, dass sich die Regularien oder die Voraussetzungen und so weiter während der Anträge noch geändert haben, wann du berechtigt warst, wann nicht. Und ein ganz großer Heckmeldung. Ich habe euch vor über einem Jahr schon gesagt, Leute, das wird nach hinten losgehen. Es werden zahlreiche Forderungen kommen vom Staat, vom Bund, von den Ländern und so weiter und so fort. Das wird nach hinten losgehen für die Leute, die darauf angewiesen sind, das anzunehmen. Das wird noch ganz schlimm. Und, lange Rede, kurzer Sinn, es ist jetzt soweit. Hier ist nämlich hier in Berlin, wie es heißt, Zitat, akute Existenzangst bei tausenden kleinen Unternehmen. Unternehmern, sorry. Ihnen droht jetzt die Rückzahlung der C Soforthilfen. So erhielt Friseurin Alexander Pastor, hat drei Angestellte die Frau aus Rauderfehn Post von der N-Bank Niedersachsen. Ich bekam 9000 Euro ausgezahlt. Jetzt wird mit drohender Rückzahlung der Boden mir unter den Füßen weggerissen. Und das kannst du dir wieder mal nicht ausdenken, Leute. Hier heißt es nämlich, ab April 2020 gab es 9000 bis 9000 Euro, also bis 5 Beschäftigte, bis 15.000 Euro 10 Beschäftigte von der Soforthilfe. Schnell und unbürokratisch hieß es. Und ich erinnere mich noch zurück im letzten Jahr, habe ich auch über eine Friseurin berichtet, die einen 160-Seiten-Antrag versucht hat, irgendwie auszufüllen und zu machen. Hatte bei Instagram dazu was gepostet. Es war schier unmöglich für einen Normalsterblichen, das zu machen. Ich habe das ja letztes Jahr auch seinerzeit mit meinem Steuerberater besprochen. Und dann sagte ich, wer soll das denn als normal denkender Mensch machen? Das ist ja umfangreich wie meine Steuererklärung selbst, die ich nicht mehr selber mache. Unvorstellbar. So, und jetzt heißt es hier, anderthalb Jahre später, die Landesbanken verlangen per verpflichtender Selbstprüfung eine Auflistung der Ausgaben und Einnahmen, heißt in vielen Fällen Geld zurück. Bitte. Wer muss zurückzahlen, schreibt die Bild hier. In den Bundesländern ist das unterschiedlich. Und damit fängt es schon an. In einigen durften auch der eigene Lebensunterhalt, hatte ich auch darüber berichtet, Miete und Essen beschritten werden, in anderen nicht. Hier heißt es dann nämlich direkt zurückzahlen. Ja, genau. Wovon hast du dann dein Essen und Miete bezahlt? Von Luft und Liebe. Ja, von unserer geliebten Gottkanzlerin, ehemaligen. Generell gilt, ist die Höhe der Einnahmen, zum Beispiel 10.000 Euro, gleich der der Ausgaben, Liquiditätslücke wäre dann null, muss die Soforthilfe zurückgezahlt werden. Größenordnung. Allein in Baden-Württemberg traf es bereits rund 54.000 Kleinfirmen mit etwa 100 Millionen Euro Rückzahlung. Überlegt euch das mal, was das für Summen sind. Und sowas, das findest du nur in der Bild. Das ist wieder so, ja, das interessiert dir die Masse irgendwie nicht. Da kommst du nicht drauf klar, dass du sowas nicht in der Tageszeitung irgendwo mehr liest. Und ich denke auch gerade dann zurück, es war doch in Berlin, dass es richtig eskaliert ist, wie viele Leute betrogen haben da. Habt ihr davon nochmal irgendwas gehört? Oder auch hier bei mir in NRW fällt mir da gerade ein, boah, was alles 2020 los war. Letztes Jahr war es doch so in NRW, da haben ganz viele Leute hier auch beantragt und die Gelder sind auf ein ausländisches Konto gegangen. Was ist denn mit dem Geld? Da haben sie doch bei NRW die Soforthilfenbeantragung abgeschaltet. Die ganze Seite war offline. Man konnte es nicht mehr beantragen, weil sie nicht Herr der Lage geworden sind. Leute, das kannst du dir nicht vorstellen, in was für einem komischen Land wir leben. Sagen wir es mal so. In diesem Sinne, Leute, schreibt eure Meinung unten rein. Wir haben es kommen sehen. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.